Oh, der ist fertig, Junge. Junge ist richtig fertig. Ich muss zurück, wieder zurück in die Stadt. Sir, ich denke, Sie haben sich einen freien Tag verdient. Nein, Sie verstehen mich. Diese Typen, diese Söldner, gehören zu etwas Großem. Ich glaube, die wissen selbst nicht, wie groß. Haben Sie das Schwarze auf Weiß? Ja, sicher. Beobachte sie schon lange. Aber die wurden gewarnt. Ich habe die Akten versteckt, bevor sie kamen. Und wo sind sie? In einem Kofferraum. Der Wagen steht an einer Tankstelle im Norden. Overlord Hunter, der VIP hat wichtige Unterlagen, die wir brauchen. Im Norden, in einem Fahrzeug an einer verlassenen Tankstelle. Verstanden, Hunter. Warten Sie. Wir scannen. Eins, scannt mal. Mh, lecker, lecker, lecker. Iiiiih. Schön in einem Wasserkanal rum. Dann bringe ich Sie hin. Negativ, Sir. Sie gehen nach Hause. Sie holen Ihre Sachen. Ich war Ranger. Ich komme, klar. Sicher können Sie das. Aber heute sind Sie das Ziel. Sie gehen. Genau. Du gehst. Hier ist Kenny unter den Arsch, verstehst du? Und du willst ja eh nur Rambo machen? Sag ich, du bist es. Mh, lecker, lecker, lecker. Hunter, wir haben immer noch viel Aktivität am Boden. Was haben Sie vor? Hunter sichert die Daten und drückt zur Auswahllandezone vor. Verstanden. Wenn Sie wieder reingehen, dann tun Sie es besser schnell. Verstanden. Sind unterwegs. Hunter aus. Abziehen. Wann nicht gerade? Okay. Danke. Danke für die Hilfe. Okay, und wir gehen wieder rein ins Abwasserkanal, in den Abwasserkanal, yeah, brechen wir jetzt alle hier vor, Leute kommen ja, die kommen ja, aber macht mal wieder Spaß, so ein Spiel zu zocken, so, Kontakt, ist zwar jetzt nicht Call of Duty oder so, direkt voraus, schau wir mal, wo denn, äh, noch ein Gegner, genau vor uns, okay, ein Augenblick mal, die Drohne mal kurz aktivieren, okay, die war da noch genau, oder, ist der Einzige? Okay Hei Nice way Na ja, ein Zoll Ich habe mich ja wieder vergeigt Na Ey Ja, und die Art Bleib mal bloß Ich sehe, Junge, hier, kein Aka, ist einer Viel erledigt Sie kommen von links Jetzt kommt der Schmitt Gegner tot Hinter uns Sie haben Luft und Entrüstung Gehe in Position Er ist hoch Noch Was? Nein Nur, hol mal ab ich ziehe da ist so leg dich mal wieder hin was ist mit dir? ich habe gedacht du liegt schon ziel erledigt ziel getroffen okay ist sicher zu dir? warte mal was ist denn das da? was ist denn das da? so jetzt hab ich die Drohne vergessen naja okay bin schon da bin schon da okay we can talk alles klar Da hoch. Alter, wo geht es denn hier hin? Ah, alles klar. Ey, warte mal hier. Da haben wir schon ein Käffchen. Die Einheimischen sind wohl auf Rache. Die reißen in den Stücke. Was sollen wir tun? Tun? Wir sind nicht mal hier. Genau. Wir sind nicht hier. Achso, okay. Come on. So, gut. Wir gehen mal wieder in Town Wars. Schön. Na gut. aber hier ist sehr ruhig wir müssen das auto finden Hmmmm, könnten sie sein. Ein Schütze, drüben bei dem Gefechtsstand. Ah, da. Zwei Gegner kommen dazu, zwölf Uhr. Klar zu feuern, noch drei. Bin dabei. Ziele markiert. Ziel drei. Da. Okay, schnell machen. Zwei. Ziele. Bereit. Warte auf, Signal. Feuer, Feuer. So. Okay man da. Hallo. Oh. Da ist noch einer. Warte mal. Genau vor uns. Ja. Hier ist noch einer. Direkt vor uns. Klar zu feuern. Klar zu feuern. Bereit auf dein Signal. Auf dein Zeichen. Bin bereit. Super. Ähm. jemand. Da kommt ein Helikopter. Ja. Ja. Der landet hier. Hört da unten. Hört da unten jemand irgendwie ab oder so? Das nennt sich jetzt. Naja. War mir doch ein bisschen sehr ruhig. So. Köpfe unten halten. Wenn der Heli uns sieht, wird's schnell ungemütlich. Gegner. Hat ein Sturmgewehr. An diesem Checkpoint. So. Ein feindlicher Hubschrauber. Direkt voraus. Feuer. So. Ein Gegner. MG-Stellung. In dem Gebäude dort. Kann ich die Zone aktivieren? Ah. Wenn ich jetzt ja wüsste, wo die alle sind. Setze Thron ein. Okay. Alles klar. Zwei Gegner mit Stromgewehr. Auf zwei Uhr. Zurück in die Dich. Waaaah. Links. Zieh um. Feuer frei. Schau. Han hat gleiche gefunden, die wissen von uns. Sie bewegen sich! Im Gebäude! Wurzeln ist zu tun! Hier ist hinter einem MG! Spürfeuer! Na? Im Gebäude! Ververmachtung! SG-Stellung! Blinde fest! Ziel erledigt! Versenzen Sie in den Todesdruck! Schuss! Beide auf 9 Uhr! Gehe in Deckung! Gegner erledigt! Schock nach rechts! Hier kann ich weiter! Tive内ung! Dive内ung! Pfeuert auf das Fahrzeug! Gehe in Deckung! Schock nach rechts! Schock nach rechts! Erledigt! Wow, wow, wow. Oh, Jungen, 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 Jungen. Oh, mein CPU läuft sehr heiß, aber er muss jetzt wieder, ah doch, kommt wieder runter. Da fehlt er noch. Oh, Lord, wir haben die Infos, bereits zur Abholung. Gut, Landezone ist da. Ab nach Hause. Oh, scheiß. Oh, shit. Hey, der kommt zurück bei Runde 2. Lungen wir dafür, dass es die letzte ist. Kontakt um 12 Uhr. Fassaden, Deckung, ich gehe los. Was ist denn für Geschütze? Wir haben da jetzt gegen die Schütze. Oder haben wir den MG-Geschütz hier? Hey. Warte mal, wo ist er denn? Cool. Wieder mal rüber. Jetzt, jetzt, komm. Ah, Junge, MG-Geschütz habe ich gar nicht gesehen. So. Los, los, los. Weiter, komm los. Vereilung. Hallemann vollständig angezündet. Vorwärtszentrum, ich will nicht am Boden kleben. Alles klar, und Abflug. Neue Ausrüstung, super. Na ja, ist nicht so gut gelaufen. Aber okay, bereits wie viele Opfer. Äh, na ja. Gut, kann man nicht machen. So, ich mache erstmal hier eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Ciao.